Wir sind hier am Geisbockheim vom 1. FC Köln am Trainingsgelände. Es ist immer etwas Besonderes auch für uns, neben dem Alltag mit der Bundesliga auch immer wieder Hobby-Mannschaften hier zu haben. Es macht sehr viel Spaß, immer eine Abwechslung und wir haben viele Prinzipien, die wir mit unseren Jungs im Training haben, auch hier versucht einzubringen, dass die Jungs auch mal ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist, mit Zeitdruck, mit immer Gas, 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 aber auch mit viel Spaß. Die Jungs kämpfen um den Aufstieg, dafür drücke ich dir natürlich die Daumen, dass sie da durchziehen sind, noch sieben Spiele, letztes Spiel glaube ich, 11. und 6. Und bis dahin gesund bleiben, Gas geben und dann gebührend den Aufstieg mit einem kalten Gaffeequench feiern.